Hallo und herzlich willkommen zurück bei MyTimeEport hier. So, wir haben gerade von Django angenommen die Quest. Wir müssen die Minispiele retten, indem wir hier den Stromkasten wieder reparieren. So, das machen wir natürlich logischerweise. Jetzt würde ich nur gerne erstmal zu Alu gehen. Wir haben nämlich letztes Mal ein Essen gezaubert. Und das gebe ich ihm jetzt. Weil mich nervt es, dass dieser rote Stern hier rumrennt. Hallo. Hi. Ja, ich würde echt gerne eine Bestellung an Spaghetti mit scharfer Soße essen. Ich kann mich gar nicht an den Geschmack erinnern. So, und was ist, wenn ich dem jetzt die Spaghetti hier so schenke? Danke, dass du mir eine Bestellung Spaghetti gebracht hast. Du bist mein Retter. Gerne. So, ist die Quest jetzt... Ja, die Quest ist weg. Endlich. Endlich ist er weg. Gut. So. Wir haben letztes Mal dann auch den Bauplan bekommen. Bedauerliches Geschäft interessiert mich nicht. Weil Higgins... So, da müssen wir den Strom reparieren. Und Missionen. Genau. Strom an. Der Silikonschub. Ich glaube, ich habe keinen. Ich müsste mal gucken. Albert braucht deine Hilfe. Baukran montieren. Ach ja. Da muss ich zu Hause gucken, was mich das gute Ding kostet. So. Dann gehe ich mal dahin. Nach Hause. Sehr schön. Weil das Problem ist, bei dem Kran sind wir auf Zeit. Also, die Mission geht auf Zeit. Montage-Kran. Hier, Baukran. Nachsehen. Seilwinde. Schmiermittel. Das und das. Einfach mal bauen. Einfach mal bauen. Okay. Flaschenzug. Eisenholzdiele. Kriegen wir zusammen. Stahlrahmen, Stahlkabel und Seilwinden. Seilwinde stelle ich hierher. Müsste man, glaube ich, auch hinbekommen. Neun Stück. Ich brauche vier. Bestätigen. So. Dann gucken wir mal. Brauchen wir hier etwas? Nein. Brauchen wir... Brauchen wir von da etwas? Eisenholzdiele. Vier Stück. Oder habe ich davon... Ach, acht Stück habe ich. Wartet mal. Acht Stück habe ich. Baustoffe. Eins. Genau. Hier. Die haben wir. Dann kann ich die direkt reinpacken. Einmal. Passt. So. Das wäre erledigt. Wo mache ich denn jetzt den Flaschenzug? Warte, ich muss im Dings gucken nochmal. Ähm. Nein, 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 nein. In Handbuch. Flaschenkran. Genau. Äh, Flaschenzug. Flaschenzug machen wir aus. Dem. 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 Okay. Den machen wir am Arbeits... Arbeitstisch Level 3. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Es wird... Es wird eine knappe Sache. Es wird eine knappe, knappe Sache. So, alte Teile haben wir. Ich habe aber keinen Silikonschip, ne? Das ist ein Problem, weil... Das brauche ich jetzt. So. Kiste. Ich haue jetzt mal hier alles rein. Ähm. Wir müssen in die Kläranlage gehen. Weil ohne die Kläranlage... Was gibt das? Naja, nicht viel, ne? Fleisch. Fleisch, rohes Fleisch essen. Na, lecker. Ähm. Ja, ich glaube, wir kochen uns gar nichts, weil ich... Weil ich keine Rezepte habe. Scheiße, dass es nicht Fleisch und Nudeln mit den Dingern geht. Ich will keine scharfen Spaghetti essen. Ähm. Ja. Äh. Holzkiste. Einfach irgendeine Holzkiste, bitte. Da. Einfach alles reinwerfen. Ah, ne. Warte. Die wollte ich eigentlich umbenennen. Und da. Dann schmeißen wir das hier rein. Das, das, das. Alte Teile kann ich mitnehmen. Gut. Dann. Das wird hergestellt. Und wir brauchen... Stahlrahmen. Wo steht man? Ach, ne. Erst muss ich schnell gucken, was Albert für Arbeitstisch Stufe 3 braucht. Oder will... Oder haben wir den schon? Ne, ne? Ich habe den noch nicht aufgewertet. Ich glaube, der ist auf Stufe 2. Ach, wir gucken mal. Das ist halt auch das Schlimme, wenn man dann so viel irgendwie nebeneinander spielt. Dann vergisst man leider auch viel. Deswegen... Es kann sein, dass es schon auf 3 aufgewertet ist. Aber habe ich noch nicht. Okay. Also, das heißt, aufwerten. Da bauen wir noch Hartholzdiele 30 Stück. Okay. Kein Problem. 30 mal das da. Okay. Zurück in Auftrag geben. Und dann... Gehen wir in die Klärdingster und sammeln die Sachen. Ich brauche ja nur einen Silikonchip. Oh, nur. Ach, ne, ne, ne. Sonst kriegen wir das Ding nicht repariert. Und das wäre doof. So. Ich weiß gar nicht, wie viele ich herstellen kann. Hartholzdiele waren das, ne? Das da. Hartholzdiele. Einmal 10 Stück. Auftanken. Und du stellst Hartholzdiele alle her. Auftanken. Jawohl. So. Das schmeißen wir da rein, falls es Platz hat. Jawohl. Sehr gut. Gut. Dann müssen wir ins Dingens. Ins Klärwerk. Weil wir brauchen Silikonchip. Ich weiß gar nicht, was es ist, wenn... Jetzt habe ich auch wieder nichts zu essen dabei. Egal. Wir machen Schaden ohne Ende. Wenn ich hier Stufe 3 fertig schaffe. Ich weiß nicht, ob ich da mehr kriege oder so. Aber ich weiß halt hier, wenn wir das abschließen, kriegen wir auf jeden Fall einen. Deswegen mache ich jetzt erst mal das da. Und, ähm... Ja, weil es halt auch auf Zeit geht. Und da weiß ich halt zu 100 Prozent, dass wir da so ein Silikondings bekommen. Genau. Ab ins Stinke-Ding. So. Komm her, du Fisch. Ich mache dich platt. Weil ich bessere Waffen habe. Zack. Noch mehr Gegner. Kein Problem. Jaja, ich brauche schon gar nicht mehr ausweichen. Ich mache euch platt. Und dich auch. Bam. Naja, ich sollte nicht so vorlaut sein, ne? Hau drauf. Da auch drauf hauen. Yay. So ist brav. Ach, ich sollte nicht im Gitter stehen, oder? Nee. Das macht nichts aus. Nimm das Gift von mir. Danke. Heimittel. Nein, das ist kein Heimittel. Das Gift, was ich bekommen habe. So. Zack, zack. Einmal durch. Ja, natürlich. Ah, hör auf, mich anzuschießen. Ich hasse es, wenn du mich anschießt. So. Zack. Alles, alles. Na? Na? Gleich schießt sie hier. Schnell. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ah, ich bin natürlich super vorsichtig, ne? So, deswegen sterbe ich auch gleich. Ja, klar, ohne Essen losziehen. Bester Plan. So, ich passe gerade auch absolut kein bisschen auf, auf mich, ne? So. Das ist gar nicht, was passiert, wenn man bei den Gegnern stirbt. Ach, dann sterbe ich halt. Einmal, zweimal, ja. So. Ich finde es irgendwie schade, dass, dass die nicht kaputt gehen, manchmal. Beim Schwert haut man drauf und alle waren kaputt. So, ein bisschen vorsichtig sein. Ach, komm, 100 Leben. There's much. Innerhalb von Sekunden. Das Gift ist halt auch fies, ne? Das Gift ist richtig fies auch. Oh, der trifft mich. Der trifft mich. So. 76. Leben ist nicht wirklich viel. So. Ja, ja. Ach, das ist nochmal ein Schießer. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So. Drauf da. Drauf da. Jawoll. Kisten. Gib mir die Kisten. Ach. So schön. So schön. 76 Leben. Alles gut. Alles gut. Komm. Mach das Ding kaputt. Gib mir Gold. So. Okay. Ja, ich habe mich auch letztes Mal gewundert, warum ich die Kisten nicht so gut kaputt bekomme. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit mit den CDs brüge. Ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Dass man mit CDs ausgerüstet hier durchrennt. Und ich habe mich mit CDs ausgerüstet besser geschlagen als jetzt mit den Waffen hier. Wenn man das mal so sagen darf. Hallo, noch mehr Gegner. Kein Problem. Damn. Verflemmende Versuche 2. Okay. So. Aber jetzt, jetzt in schön. Jetzt in schön. Ja, ein bisschen aufpassen. Ja, hier ist Futter. Sehr gut. Das ist doch schön. So. Komm her. Ich haue dich weg. Ich haue euch alle weg. So. So. Ein bisschen ausweichen oder so tun als ob. Ja, auf mich dauernd zu verkämpfen, du doper Fisch. Ich mag die Fische nicht. Die Fische und diese schießwütigen Ballerdinger da. Die mag ich beide nicht. So. Gib mir eine Kiste. Ein kleiner Silikonschip. Jawohl. Im Prinzip habe ich schon alles, was ich wollte. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Ist auch nicht schlimm. So. Jawohl. Oh, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gib mir die Kiste. Das meine ich halt. Das ist doof. Ah, da muss ich nur auf den Kick warten. Okay. So. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Zwei Ebenen noch. So. Ich hasse die Fische. Die Fische mögen mich auch nicht. Ja, komm her. Hör auf mich zu beißen und lass dich hauen. Du Mist, wie? Weg. So. Zack. Rein da. Autsch. Beide ballern hier rum. Die tun aber auch weh, ne? So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Noch ein Silikonchip. Jawohl. Das ist schön. Jawohl. Einmal so. Einmal so. Und lov. Ich glaube, das mache ich jetzt einmal hier oben und dann hier unten alles zerdeppern. Ah, sieht gut aus. Und alte Teile kann man auch immer gebrauchen. So. Haben wir jetzt schon Bosskampf oder kommt erst noch eine Ebene? Und dann Bosskampf. Da ist er schon. Da ist er schon. Da ist er schon. So. Dann probieren wir es mal. Einfach dranbleiben. La 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 la. Drauf da. Achso, warte mal. Da muss ich aber weg. Das tut doch sonst weh. Au. Seht ihr? Das tut doch sonst weh. Weg, weg, weg. Und dusch. Aber guck mal, wie viel Leben der verliert. Und mit Waffen kämpfen ist auch definitiv die bessere Variante. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, das. Da bleibe ich lieber einfach dran. Das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Boah, nicht ganzes Mal gekrittet. Ja. Noch ein Silikon. Dingens. Sehr gut. Sehr gut. Wieso kriege ich die Kisten nicht? Warum kriege ich die Kisten nicht? Dann muss ich überall jetzt auf den Kick warten, oder was? Ja, anscheinend. Oh Mann, oh, ist ja blöd. Ah, jetzt ging's. Jetzt ging's. So, zack, zack, zack. Ah, die da. Die hätte ich noch gern. Alles mitnehmen. Na, ging eigentlich besser als gedacht, ne? Und wie gesagt, die dritte müssen wir das nächste Mal in Angriff nehmen. Aber ich wollte halt jetzt einfach sicher diesen Silikonschip haben. Und jetzt können wir nämlich gleich, wenn wir nach Hause gehen, den, den Dings da machen. Nein, nein, ich will verlassen. Dankeschön. Den, den Stromkasten direkt, ähm, Dingsen. Reparieren. Genau. So. Einmal nach hierher, bitte. Bestätigen. Jawohl. So. Ich finde das... Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Oh. Schön. Hi, Dolly. Äh, hier. Da. Damit die Kiddies und wir natürlich wieder zocken können. Gibt nix Schlimmers als kein Internet. Ach ja. Tchenko, alles erledigt. This is the season to be jolly. Ho, ho, ho. Thank you for fixing the electric box. Now my game room can keep on running again. Das freut mich zu hören. So. Passt. Sehr gut. Haben wir eigentlich... Ach, 18 Uhr ist jetzt schon vorbei. Oh, aber können wir noch einen Auftrag annehmen oder habe ich heute schon einen angenommen? Äh, ne, gibt's keinen mehr. Schade. Okay. Ähm, können wir? Ach, ne, die Hartholz-Deal brauche ich. Genau. Genau. Weil wir bauen Tisch 3 für die Zutaten für den Baukran. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. So. Was sagen denn die Platten hier? Nicht viel, ne? Das sieht nicht gut aus. So. Wir kriegen auf jeden Fall die 30 zusammen. Ach, ja. So. Hüpf. Einmal aufladen und dann gehen wir schlafen. Und dann gucken wir mal. Fertigen. Alle. Ja. Danke. Fertigen. Was könnten wir eigentlich denn noch so basteln? Was könnten wir noch so basteln? Also so an Essen. Ich gucke jetzt gerade mal in meine Essenskiste hier. Kann man auch irgendwie Rührei und Speck machen, indem man halt Eier nimmt und Fleisch dazu? Dann müsste ich jetzt auch mal probieren. Ähm. Ach, pf. Einfach da rein und beziehungsweise lass es. Essen. Essen eins. Hier ist auch so Dingsfleisch. Wartet mal. Was könnten wir... Wir nehmen mal Salz mit. Eier. Wir nehmen mal Salatmajo mit. Obwohl, warte. Salatmajo hebe ich noch auf. Honig. Salz nehme ich mit. Wo habe ich denn jetzt Fleisch? Wo ist mein Fleisch? Wo habe ich das rein? Ach, in die Holzkiste. Genau. Wir nehmen mal Schrimps mit. Ich habe keine Ahnung. Pilz vielleicht. Pilze mit reinpacken irgendwo in den Essen. Fleisch und Mehl, ne? So, Mehl ergibt also quasi sowas wie Nudeln. Dann, ich würde nur gerne mal eben was testen. Oder ein bisschen was testen. Also ich würde gerne Eier, Fleisch. Ich weiß nicht, wie viele Zutaten man nehmen darf. Und ein bisschen Salz. Das müsste doch eigentlich ein leckeres Fisch-Ei-Fleisch-Rezept geben. Oder? Ein bisschen Salz. Und kochen. Kochen. Eine fade Brühe. Ähm, Mano. Okay, was ist, wenn wir einen Pilz dazu nehmen statt Eier? Schmeckt das dann? Salz. Und Fleisch. Und Pilz. Pilzeintopf mit Fleisch. Ja! Cool. Okay. Das hat ja schon geklappt. Okay. Wir haben wieder ein Rezept entdeckt. Yes! Dann würde ich sagen, was wäre, wenn wir statt Salz Mehl nehmen? Und statt dem da haben wir noch eine andere Frucht dabei? Irgendeine Frucht oder so? Oder? Warte, wir haben doch Koriander. Wir haben doch Koriander gehabt, ne? Ähm, nur die Frage ist, wo? Hier. Koriander statt Pilz. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen noch eine Frucht dazu, oder? Einfach mal, ich weiß nicht, wie viele Dinge man da überhaupt reintun darf. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich meine, wir müssen sowieso warten, bis die Dielen hier alle fertig sind. Das dann können wir ja einfach mal wild kochen, oder? Achso, nein, nein, nein. Das da. Dann hätte ich gern ein bisschen Koriander. Dann hätte ich gern ein bisschen Fleisch. Und dann so ein paar Nudeln. Zum Beispiel. Ah, Fadebrühe. Ach, schade. Schade, schade. Was ist, wenn man Fleisch und Koriander einfach nur macht? Kochen. Fadebrühe. Oh Mann, es ist... Es ist... Naja. Okay. Na gut. Dann halt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall wieder ein neues Rezept entdeckt. Da bin ich schon ein bisschen glücklich jetzt. So, wir brauchen noch eine Seilwinde. Okay, dann, dann. Ach. Ich hab schon gar nicht mehr so viel Platz. Ich schmeiß das jetzt irgendwie alles überall rein. Ich hab keine Ahnung. Was macht der eigentlich? 50 GP und 8 Ausdauer. Ist gar nicht mal so übel, ne? Gar nicht mal so übel. Nur 15 Ausdauer. Die ist schlecht. Nee, ich glaub, der Pilz-Sein-Topf ist gar nicht übel. So. Ja, ich hab Verhau. Aber ich will doch einfach nur die... Ich geh jetzt schlafen. Vielleicht sind die Dinger dann bis dahin fertig. Er war... Nee, Danwa ist es. Danwa. Da war. Da war? Da war? Ha, wer ist Dava? War der jetzt orange oder rot? Nee, Dava. Stimmt, Dava war rot wie ein Lama, ne? Irgendwie so. Ach, keine Ahnung. So. Schlafen. Wir bauen die Dielen. Ich brauch Arbeitstisch Level 3. Und zwar pronto. Ähm, verlassene Ruine. Ja, ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich geh da mal wieder ein paar Tage farmen. Und ein Brief. So. Vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte kommt pünktlich um 19 Uhr. Der Bürgermeister. Danke. Ist notiert. So. Jetzt gib mir... Gib mir oder alle... Gib mir, gib mir... Oh nein, das braucht so lang. Wie viele habe ich denn? Habe ich schon 30? Ich habe keine 30. Ich habe keine 30. Ihr müsst... Ihr müsst mehr... Schneller hinmachen hier. Okay. 30. 19. Das heißt, 10 Stück brauche ich noch. 10 Stück. Wieso ist die da so langsam? Ja gut, dann gehen wir mal kurz nach dem Auftrag gucken. Oder ist schon wieder Wochenende? Wir haben Sonntag. Ah, okay. Dann gehen wir die... Such den Fehler. Ding spielen, ne? Acht Uhr. Jawohl. Dann kriegen wir das auch noch hin. Dann kriegen wir da auch noch eine Belohnung. Ich muss halt jetzt echt leider auf die... Auf die Platten warten. So. Der ist schief. Und der ist... Der ist... Zu groß, zu dunkel. Irgendwas. So. Die Hacke ist falsch. Und da ist er auch falsch. Und der Korb ist hier ein bisschen zu weit ausgedellt. Und... Ähm... Zu platt. Tatsächlich. Der Boden war zu platt. Ähm... Da habe ich... Da sehe ich... Jetzt auf Anhieb... Keinen Fehler. Oder? Doch. Da ist dreckig. Und... Da ist es zu dünn. Nein. Das war falsch. Das war falsch. Gott. Manchmal... Manchmal tue ich mir richtig schwer. Ich sehe... Manchmal die Fehler einfach nicht. Ähm... Ähm... Wo soll da ein Fehler sein? Da oben vielleicht? Das ist... Bisschen anders. Okay. Also da... Da muss man ja schon ganz genau hinschauen. Ganz genau. So. Ach, ich wollte auch mal gucken. Ähm... 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 Ich wollte mal hier gucken. Bei Soziales. Kollegin Emily. Kollege... Äh... Hallo. Das ist irgendwie... Mit denen habe ich halt am meisten zu tun. Und das ist das Problem. Ich mache halt wahnsinnig viele Aufträge für die zwei. Und ich glaube, deswegen steigen die Herzen auch so abartig. Weil ich das gar nicht will. Mano. Ja, und für Alice oder so. Oder hier für Kyukyu und so. Ich mache ja nichts für die, ne? Und das ist das Problem. Ach ja. Dann gucken wir mal, was unsere Dielen sagen. Ich muss dann, glaube ich, erstmal auf die Dielen warten. Weil... Ich brauche den Tisch. Und ohne den Tisch können wir den Kran nicht weiterbauen. Wenn wir den Kran nicht weiterbauen, dann habe ich ein Problem. Genau. Deswegen, ich... Würde sagen... Es ist aber dann lange hin, ne? Es ist etwas lange hin. Aber sonst wird die Folge halt ein bisschen kürzer. Mal ausnahmsweise. Ähm... Weil ich brauche die Dielen. Ohne die kann ich momentan nichts machen. Und wir haben gerade auch keine andere Missionen, außer halt das da. Und... Ähm... Ja. Deswegen würde ich sagen, ich warte auf die Dielen. Und dann bauen wir... Oder werten wir den Tisch auf Level 3 auf. Dann versuchen wir den Kran zu bauen. Genau. Dann sage ich aber schon mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.